Let's Rock Und ich glaube, wir beginnen einfach mal Ich habe keine Ahnung, was da geht How long Okay Okay, wir sind ein kleiner Junge, der in ein Museum gefahren ist Nachts im Museum Wir versuchen zu entkommen Und alle Türen waren geschlossen Bis auf eine, die war offen Und als wir drin waren Ist die Tür verschwunden Und blabliblablub Und wir wollen den Weg hinaus finden Und das geht nur durch ein Bild von Mona Lisa Okay Okay Have a great game Ich würde sagen, click to continue Und los geht's Welcome to hell Was für ein Museum Genau das So ein Museum haben wir Museen haben wir auch in der Schweiz Ja, ja So Also Wir wollen die Mona Lisa finden Und du warst wer, bitte? Was? So Fängt schon mal gut an Überall sind Bilder Das gefällt mir Das beruhigt irgendwie Die rote Wände Die rote Wände müssen nicht sein So, was haben wir da? Die kleine Familie Oh Der Schrei mit Hummer Simpson Wie geil ist das? Der Hintergrund ist March, Lisa und Maggie Uiuiui Ja Sie sieht mich Wer auch immer das war Das ist wahrscheinlich die Wächter Ah Da Sieht das da Hier Halalalala Uiuiui Die Drecksmöwe Die kreischt auch wie eine Möwe Was ist denn das? Die Museum Das ist ein naturhistorisches Museum Naturhistorisches Museum oder so Mit ausgestopften Oh, die ist Mona Lisa Ist das schon zu Ende jetzt? Was war das? Nichts Mona Lisa Hä? Was? Ich bin doch da Hier Ins Ins Bild rein Das Hä? Wieso geht denn das nicht? Ist das Spiel Buggy? Irgendwie habe ich Angst Das Was ist denn das? Hat mich die Drecksau Jetzt getötet Wer weiß Straight Again Yes Okay Gehen wir nochmal Ganz einfach Vielleicht Komm Erleck mich doch am Herzchen Meine Liebe Was soll Mami Hallo Mama 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 Mami Da Was ist da vorne los? Ein bisschen flacker Flacker Das scheint nochmal Ja Die drei Wildhämmerzwerge Die Zwergenclans Aus World of Warcraft Ja So sehen die nämlich aus Was haben wir da? Ein Wald Da ist mal nix Ah Die Kleine Kommst du mir jetzt entgegen Oder was? Hä? Was? Mona Lisa? You are alive Was? Was? Okay Das Spiel ist vorbei Gut Schön war's Ja Äh Ja Okay Kleines Fazit Ähm Zu kurz Was haben wir jetzt? Vier Minuten gespielt What the hell Ja also Das Spiel war Es ist Ja Es gab schon Schlechtere Ich erinnere an die Kettensägenparty Im Keller Aber Ja Gut Die Jumpscares Haben mich erwischt Okay Aber ansonsten Boah Und wieso wollen wir durch ein Bild Entfliehen? Ha? Ja Egal Was soll's Ich hoffe es hat euch gefallen Und wenn nicht Äh Ja Ich hab auch schon besseres gespielt Definitiv So Ich danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Rotmack Ciao Ciao Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.